Unter 19 Jahren und davon vier Kinder unter 16. Die Toten stammten aus folgenden Bezirksstätten. Kaden 25 Personen, Sternberg 16 Personen, Karlsbad 6 Personen, Arnau 2 Personen, Eger 2 Personen, Mies 2 Personen und das Aussieg 1 Person. Bis 1929 wurden noch weitere 63 Sothekendeutsche aus den verschiedensten Orten der Heimat Opfer, weil sie für die Selbstbestimmung eingetreten sind.